Unser Podcast wird unterstützt von Relay, der App zum einfachen Bitcoin-Kauf und Shift Crypto, dem Hersteller der Hardware Wallet Bitbox 02. Alle weiteren Informationen zu diesen beiden und die Rabattcodes findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo Moritz, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass du die Zeit nimmst. Servus Manuel, Jonas, freut mich auch. Hallo. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Ich meine, wir Deutschen lieben ja unser Thema Steuern und Bitcoin-Steuern und Kryptowährungen steuern. Und wir haben da auch schon im Podcast heute darüber gesprochen, aber heute gehen wir mal in die Praxis rein, weil wir wollen ein bisschen mehr über Cointracking erfahren, was ihr macht und was man denn so in der Praxis als Privatperson einfach durchführen muss in dem Bereich, weil es ist jetzt nicht so ein leichtes Thema, glaube ich. Und viele machen sich da Gedanken darüber, aber bevor wir da reinsteigen, wie immer, willst du dich mal in zwei, drei Worten vorstellen? Was machst du? Wie war dein bisheriger Werdegang? Und vor allem, was machst du bei Cointracking? Also nochmal, ich bin Moritz. Ich bin Kryptotex-Manager bei Cointracking. Was ich bisher gemacht habe, ist, ich habe Steuern studiert, um es mal grob zu sagen, Steuern und Jura. Bin seit 2018 im Kryptomarkt. Dadurch, dass ich studiert habe und auch ein guter Kumpel von mir damals schon gefragt hat, hey Moritz, wie versteuere ich das Zeug? Habe ich mich damals damit auseinandergesetzt und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen, genauso wie Krypto, Krypto-Straden und alles, was dazugehört. Und ja, im Grunde habe ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht, bin zu Cointracking gegangen und bin im Grunde für den Research zuständig. Also was gibt es rechtliche Neuerungen oder auch, wenn Cointracking in ein neues Land reingehen will, einen neuen Text-Report erstellen will, so nennen wir das. Also im Grunde die Steuererklärung für Leute in einem anderen Land vorbereiten, beispielsweise Österreich, Schweiz, USA, Kanada und so weiter. Dann bin ich im Team dabei, wir recherchieren im Grunde die rechtliche Grundlage, wir sprechen mit unseren Steuerberatern, mit denen wir kooperieren und dann erstellen wir im Grunde die Vorlage, die wir dann an die Entwickler weitergeben, wie dann die Software aussehen soll. Also das bin ich und das ist im Grunde das, was ich bei Cointracking mache, neben Interviews. Sehr schön. Dann erstmal vielen Dank für den groben Umriss. Bevor wir richtig rein starten, haben wir uns überlegt, dass wir alle erstmal nochmal grob auf den gleichen Stand bringen. Wir haben schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass wir schon mit verschiedensten Leuten, mit Anwälten, mit Staatsanwälten über Bitcoin gesprochen haben, auch über Steuer gesprochen haben. Fasst doch nochmal da kurz den aktuellen Stand zusammen, insbesondere hinsichtlich der Frage, ist es noch so, dass Bitcoin nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei ist, also die Gewinne? Ja, absolut. Also Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen, da sind wir immer noch in der Spekulationsfrist von einem Jahr. Da hat ja das Bundesfinanzministerium letztes Jahr ein Schreiben veröffentlicht, in dem es ganz klar stellt, okay, wir haben die Einjahreshaltefrist und auch, es war ja auch mal kurz in Diskussion, ob sich die Haltefrist beim Staking verlängert, aber das ist auch nicht der Fall, das haben sie auch vom Tisch gekehrt. Im Moment sind wir so, dass Kryptos nach einem Jahr steuerfrei veräußert werden können. Allerdings kann ich dann auch meine Verluste nicht geltend machen, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Gerade im Jahr 2022 könnte das den einen oder anderen betreffen. Auf jeden Fall. Das heißt also, wenn ich unsere Hörer oder höheren Hörerinnen, ich hoffe und meistens gehe ich davon aus, dass ihr die Zielgruppe sind, sie kaufen einfach Bitcoin mit einem Sparplan zum Beispiel, da muss ich mir ja tendenziell relativ wenig Sorgen um Steuern machen, weil ich sie sowieso relativ langfristig halten möchte. Tippe ich jetzt mal. Ja, erstens das und ich gehe mal davon aus, wenn man einen Sparplan hat und irgendwie einen Dienstleister hat, dann hilft hoffentlich auch der Dienstleister in diesem Zusammenhang und gibt irgendwie eine gewisse Hilfestellung. Also bei den klassischen Hortlern, die ja wirklich langfristig das Zeug halten wollen, ist das ziemlich einfach. Wenn ich dann eher regelmäßiger trade, Daytrader bin oder einfach mehrere Transaktionen habe oder auch viel im Defi-Bereich unterwegs bin oder Staking betreibe, Landing betreibe und so weiter, dann wird es schon mal ein bisschen komplizierter. Und dann kann es auch sein, gerade weil ihr ja auch sagt, wir sprechen nicht nur über Deutschland, sondern auch ein bisschen über die DACH-Region, da gibt es dann auch in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Regelungen. Und auch je nachdem, was ich in Krypto mache, wie gesagt, Staking wird ein bisschen anders behandelt, Liquidity Providing, Mining und so weiter, da gibt es einfach nochmal unterschiedliche Regelungen und ja, da hilft dann auf jeden Fall der Steuerberater, der Anwalt oder eben ein Tracking-Tool. Genau. Wir können natürlich nicht für alle unsere Hörerinnen und Hörer sprechen, aber wir gehen davon aus, dass ein relativ großer Anteil eben, ich sag mal, Buy and Hold macht, also regelmäßig kauft mittels eines Sparplans. Wenn man das jetzt wöchentlich macht, werden das ja 52 Trades, wenn wir die Schaltjahre ausklammern. Ist es eure Zielgruppe oder richtet es sich doch eher dann an die, die ja regelmäßig traden mehrfach am Tag? Ja, also im Grunde aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man kann, oder das ist so meine subjektive Meinung, wenn es bis zu 200 Transaktionen im Jahr sind, 200, 300 Transaktionen, das kann man sich noch ziemlich gut selber auslesen und in der Tabelle zusammenfassen, vor allem, wenn man irgendwie so sorgfältig ist und dann schon beim Trade alles dokumentiert, was die wenigsten machen. Also dafür würde ich sagen, braucht man jetzt noch nicht wirklich ein Tracking-Tool, das geht klar. Es kostet dann halt einfach irgendwann mal einen Sonntag, kurz bevor ich die Steuererklärung abgib, muss ich mich dann hinsetzen und das Ganze zusammenfassen. Aber es geht, man muss da jetzt nicht unbedingt dafür Geld ausgeben und übrigens, Cointracking ist auch bis zu 200 Transaktionen frei, kostenfrei. Also das kann man dann auch irgendwie ausnutzen, wenn man das will. Alles darüber, also ich würde eher sagen, dass Cointracking ein Tool ist für Leute, die schon deutlich mehr machen, die auch sehr viel Verschiedenes im Krypto machen, weil sich einfach viele Fragestellungen bieten und weil man auch einfach dadurch, dass man einfach viel tradet, selbst nur ein Trader, der auf 5, 6 verschiedenen Plattformen unterwegs ist, verliert dann doch irgendwann mal die Übersicht und genau für diese Leute sind eigentlich Tracking-Tools ideal, weil man da dann die Schnittstellen hat, API-Schnittstellen meistens und da gibt es einen täglichen Abgleich mit den Daten. Wir haben das in der Software und dann können wir das easy abbilden und die Steuererklärung oder die Informationen, die ich dann für die Steuererklärung brauche, sind dann mit einem Knopfdruck erledigt. Also genau, um deine Frage zu beantworten, wenn man jetzt einmal die Woche einen Trade macht, dann würde ich sagen, braucht man jetzt noch kein Tracking-Tool, außer man gehört zu denen, die wirklich gar keinen Bock haben, irgendwas zu dokumentieren. Ja, dann, was ist das Cointracking und Tracking-Tool schon angesprochen? Für alle die, die keine Ahnung haben, was es ist, willst du es mal kurz zusammenfassen? Was macht ihr denn genau? Ja, auf jeden Fall. Also, wie schon gesagt, oder ihr habt ja auch mal in eurem Zusammenhang, im Vorfeld haben wir ja abgesprochen, wo kommt Cointracking eigentlich her? Und im Grunde ist die Idee eigentlich ziemlich simpel und jeder, der viel in Krypto macht, kann es nachvollziehen. Ich, wie schon gesagt, ich trade viel in Krypto, vielleicht habe ich einen Miner laufen, vielleicht bin ich ein Validator irgendwo, vielleicht bin ich in ein paar Staking-Tools, vielleicht betreibe ich Liquidity-Providing und dann wird es auf einmal unübersichtlich. Ich kann meine Transaktion nicht mehr wirklich nachvollziehen und vor allem dazu kommt noch, dass die meisten Leute in Krypto jetzt nicht im Detail wissen, wie wird jetzt Lending oder wie wird jetzt Liquidity-Providing steuerlich behandelt. Und genau dafür sind im Grunde Tracking-Tools und dafür ist auch Cointracking da, da kommt es her. Wir ziehen im Grunde alle Transaktionsdaten zusammen, von zentralen Exchanges, von Blockchains, von verschiedenen anderen Importen. Im Zweifel kann man sogar auch händisch nochmal seine Trades oder seine Transaktionen eingeben und dann führen wir die Daten bei uns zusammen und ordnen im Grunde das nach unseren Transaktionstypen, die wir haben, die unser System bereithält. Das ist im Grunde einfach nur Mining, Staking, Landing, Airdrops und so weiter. Wir teilen es eben auf nach dem, was man in Krypto machen kann und dann führen wir die zusammen, ziehen die Summe, ziehen die Berechnungen, berücksichtigen auch gewisse Gewinnermittlungsmethoden wie FIFO oder LIFO-Methode oder Average-Cost. Und ermitteln dann im Grunde den steuerpflichtigen Gewinn, den ich in Krypto habe. Und ordnen das dann auch direkt dem Steuersatz zu. Also Kapitalerträge oder persönlicher Einkommenssteuersatz, je nachdem, was für eine Steuerart es ist. Das heißt, ihr erfasst die Daten nicht nur, sondern gebt dann auch gleich einen Hinweis, was jetzt steuerlich am sinnvollsten ist, um eben möglichst wenig Steuern abführen zu müssen. Wir machen die Recherche so, wie wir denken, dass im Grunde es rechtlich richtig ist. Also wir nehmen im Grunde die Beratung von unseren Steuerberatern und die steuerliche Einschätzung und sagen, so legen Sie das aus. Wir sind auch mit ein paar Finanzämtern überall auf der Welt in Kontakt. Und das ist im Grunde so, werden die Steuergesetze ausgelegt. Und nach diesem Vorbild machen wir unseren Standardreport. Das bedeutet jetzt nicht, dass in Einzelfällen da noch ein steuergünstigeres Ergebnis ermittelt werden kann. Aber der Vorteil von Cointracking ist, wenn ich eben nicht der Meinung bin von Cointracking oder von den Beratern von Cointracking, dann kann ich einfach in meinen Settings individuell aussuchen, was will ich besteuern, was will ich nicht besteuern. Oder auch, selbst wenn ich eine Gruppe von Transaktionen besteuere, wie beispielsweise alle Airdrops besteuere ich, aber ich habe zum Beispiel irgendwie einen Airdrop, wo ich weiß, okay, der ist in Deutschland nicht steuerpflichtig, das war aber jetzt ein Einzelfall, dann kann ich das nochmal einzeln labeln bei uns und dann wird der nicht berücksichtigt. Also im Grunde kann bei uns jeder trotzdem machen, was er will, wenn er eine individuelle Steuereinschätzung hat und das dann auch so weitergeben. Also er ist nicht an unsere Meinung gebunden. Und wenn wir jetzt mal reingehen und sagen, ich bin jetzt ein Neukunde bei euch, ich melde mich bei euch an. Du hast ja gemeint, glaube ich, bis 200 Transaktionen ist es kostenfrei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Genau. Ich melde mich an und ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe angefangen, viele fangen ja an mit sowas wie Coinbase oder von mir aus auch die Bison-App aus Stuttgart, das sind ja in Deutschland halt bekannt oder was auch immer. Wie gehe ich da vor? Weil ich habe ja auch theoretisch schon Trades getätigt, ich habe Bitcoin schon gekauft oder andere Gruppen-Währungen gekauft. Kann ich das alles nachträglich einladen? Wie kann ich mich verbinden? Wie läuft das dieser Prozess denn ab? Genau. Also fangen wir mal ganz vorne an. Wenn du schon irgendwelche Währungen hast auf einem Hardware-Wallet oder wo auch immer du die her hast und auch wo auch immer du die gekauft hast, selbst wenn es ein Exchange ist, den es nicht mehr gibt. Wir haben bei uns die Funktion Legacy-Imports, wo man eine Liste von Exchanges hat, von denen wir immer noch Daten kriegen können und dann können wir diese Daten auch importieren. Und im Grunde importieren wir erstmal alles, was du hast. Beziehungsweise wenn wir es nicht reinkriegen, dann müssen wir einfach eine Einzahlung schon mal auf das Ledger dann händisch einbuchen. Und wenn ich dann in zentralen Exchanges unterwegs bin, wie Coinbase oder Binance, dann haben wir im Grunde API-Schnittstellen, wo wir das verknüpfen können. Also im Grunde, man nimmt einfach den, da gibt es ja zwei Keys im Grunde, man nimmt den Public Key, verbindet den bei uns. Es ist auch ganz simpel bei uns erklärt, denn so jeder Exchange hat so einen Fünf-Schritte-Plan, wie wir die Schnittstelle verbinden können. Und im Grunde gehst du die durch, verknüpfst es, geht eins zu eins. Wenn es nicht funktioniert, der Support hilft dir da auch jederzeit gerne. Und dann haben wir im Grunde eine Schnittstelle zu diesen Exchanges. Und die schicken uns im Grunde täglich mehrfach Daten hin und her. Von Kunden, die wir haben, aber auch eben von dir als neuem User jetzt. Das bedeutet, die Daten kommen einfach automatisiert bei uns an und wir können sie dann direkt verarbeiten. Das ist eigentlich alles, so funktioniert es. Dieser automatisierte Datenaustausch, ist da dann auch schon dabei, bei dem kostenlosen Basispaket? Oder braucht man da dann den nächstgrößeren Plan? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass unsere Zahlungseinheiten, also das Pro-Paket oder das Unlimited-Paket, dass es in irgendeiner Weise noch von Funktionen abhängt. Also ich bin nicht mit dem Pricing drin. Ich glaube, man kann tatsächlich alles machen, weil die Pakete hängen von der Anzahl der Transaktionen ab und nicht, glaube ich, von dem, was ich kriege. Zumindest nicht bei den Imports. Genau. Und falls jetzt da ein Exchange ist, übrigens, den wir doch nicht haben, kann man bei den meisten Exchanges ja auch noch einen CSV-Export rauslassen. Das bedeutet, man zieht sich seine Trading-Daten in Text- oder Tabellenformat runter und auch die kann man ganz easy bei uns importieren. Also es geht eigentlich noch schneller wie eine API zu erstellen. Ich drücke da einfach auf Import, ziehe die Datei rein und dann habe ich alles. Was ich dann gegebenenfalls nochmal machen muss, ist die Transaktionen ein bisschen anpassen, damit das Programm die auch richtig auslesen kann. Gibt es bei euch auch die Möglichkeit, ich habe das mit irgendjemandem besprochen gehabt, ich weiß nicht mehr mit wem, man kann auf der Blockchain ja alles nachverfolgen. Man kann jede Transaktion nachverfolgen, man kann auch jeden Tisch auch dann die Trades nachverfolgen und es gibt ja einige, also wir sprechen hier eigentlich nur über Bitcoin, aber es gibt ja einige, die so ein bisschen die Vergangenheit haben, die vorher auch Kryptowährungen getradet haben und da war die Aussage, dass man diese ganzen Trades, weil jede einzelne Umwandlung von einer Kryptowährung in die nächste Kryptowährung ist ja ein steuerlicher, dann beginnt ja so die steuerliche Uhr wieder von vorne zu ticken. Richtig. Und man muss natürlich Gewinn realisieren, also hat Gewinn realisiert und muss vertreiben. Genau. Genau. Und da kann ich mir das vorstellen, dass man dadurch relativ schnell unübersichtlich wird. Und könnt ihr sowas auch irgendwie automatisch dann nachvollziehen? Weil wenn das Finanzamt, keine Ahnung, fünf Jahre später noch kommt und sagt, lieber Moritz, du hast damals das und das getradet, du musst das ja alles vorlegen können. Und das finde ich, glaube ich, wenn man jetzt mal wirklich von Tausenden von Transaktionen pro Tag oder pro Woche ausgeht, ist das ja schon ein enormer Aufwand. Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde bei der Blockchain ist es genau das Gleiche wie mit den API-Keys. Man gibt seine Blockchain-Adresse an und dann lesen wir das aus im Grunde wie ein Blog-Explorer. IFA-Scan oder sonst irgendwas. Und dort haben wir ja dann die Adresse und sehen dann die Transaktionen. Und die können wir dann bei uns reinziehen. Klar, wenn ich jetzt natürlich auf einem dezentralen oder zentralen Exchange die Währung wechsle, dann brauchen wir natürlich auch die Daten von den Exchanges. Aber wie gesagt, über die Schnittstellen kriegen wir die eigentlich. und wie du sagst, also das ist im Grunde auch das Verkaufsargument natürlich für uns, es wird unübersichtlich, wenn man es versucht, händisch nachzuvollziehen. Und wenn es dann wirklich einige Transaktionen werden, dann wird es richtig schwierig. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich jedem sagen, es ist richtig scheiße. Also wenn man mal so ein ganzes Wochenende versucht, mal 10.000 Transaktionen nachzuverfolgen, dann hat man eigentlich gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Da ist der Sonntag dann gelaufen, den du vorhin angesprochen hast. Nochmal ganz plump nachgefragt. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Jahre irgendwas gemacht habe im Bitcoin-Bereich, ich habe mal gekauft, ich habe mal verkauft, schlage die Hände über den Kopf zusammen und sage, oh Gott, ich kriege es nie mehr auf die Kette, das alles zu sortieren. Dann könnte ich mich bei euch anmelden und ihr könnt diesen Zeitraum, egal wie lange auch sein mag, letztlich retten aus steuerlicher Sicht. Das auch. Also wir können alles nachverfolgen. Es ist natürlich so, wenn man die Steuer nicht angegeben hat, dann muss man die nacherklären. Da haben auch viele Leute ja auch Angst. Also ich habe viel Kontakt mit Steuerberatern und auch letzte Woche erst noch mit einem befreundeten Anwalt gesprochen. Und der sagt auch, ja, natürlich ist es jetzt nicht ideal, dass ihr eure Krypto-Gewinne von vor fünf Jahren nicht angegeben habt. Aber jetzt erklärt es erst mal nach und dann gibt es für alles eine Lösung. Und da hilft dann gerne ein Krypto-Steuerberater oder ein Rechtsanwalt dabei, wenn irgendwie das Finanzamt dann Probleme macht. Aber im Wesentlichen geht es im Moment erst mal darum, die Daten überhaupt hinzukriegen oder die Daten überhaupt zu erfassen und die Gewinne richtig zu ermitteln. Und dafür sind wir da und das geht bis endlos zurück. Und es gibt es ja auch schon eine Weile, also mindestens die Daten, seit es Coin-Tracking gibt, haben wir, und das sind zehn Jahre, das wird die meisten Leute betreffen und wer dann darüber hinaus davor schon irgendwie Kryptos am Start hatte, das kriegen wir dann auch irgendwie hin. Betreut ihr auch so Sonderfälle dann? Also wir sprechen ja darüber, dass es eigentlich alles automatisiert abläuft. Aber wenn ich jetzt wirklich mal den Fall habe, ich habe vor fünf Jahren was gekauft, vor sieben Jahren was gekauft, ich habe viel Gewinn gemacht, dass ihr mich dann auch betreut oder muss ich da speziell zu meinem persönlichen Steuerberater gehen? Also wir sind natürlich keine Steuerberater. Das ist mal wichtig zu sagen, wir können jetzt niemanden irgendwie vor der Finanzverwaltung oder vor einem Finanzgericht vertreten, sondern wir sind nur ein Dienstleister, wir bieten Infrastruktur. Aber das ist eine gute Überleitung, zu einem Produkt, das wir auch haben. Wir haben zum einen natürlich unseren Support, der sehr tatkräftig ist und jeden Tag Tickets beantwortet und so weiter. Die machen einen super guten Job und sind sehr hilfreich für die Nutzer, ganz kostenlos. Aber was wir auch haben, ist unser Cointracking Full Service, wo es nämlich genau darum geht, wenn wir jetzt wirklich Daten haben, die in 100.000 Transaktionenbereich gehen oder in Millionenbereich von Transaktionen, dann ist halt eine Automatisierung und wenn ich das alleine machen will, als jemand, der jetzt nicht direkt bei der Entwicklung des Tools dabei ist, auch sehr schwierig. Und genau dafür haben wir den Full Service, den kann man sich buchen und dann hat man im Grunde einen eigenen Agent, der einem hilft, seine Transaktion nachzuvollziehen und auch gegebenenfalls diese kritischen Fälle, die halt jetzt schon irgendwie einen mehrjährigen Zeitverzug haben und so weiter. Die Jungs wissen, was sie machen und sind immer hilfreich. Das heißt, wenn es hart auf hart kommen sollte und es irgendwie Unstimmigkeiten gibt zwischen dem Report, den ihr erstellt, den ich dann abgeben kann beim Finanzamt und dem Finanzamt, dann könnte man sich wieder an euch wenden und sagen, ich brauche irgendwie Unterstützung, habt ihr mir da jemand? Genau. Also wenn es jetzt im Grunde darum geht, die Daten zu sammeln und reinzuziehen, dann macht das eben jemand bei uns aus dem Full Service. Wenn es dann um einen fachlichen Disput geht mit dem Finanzamt, dann haben wir auf jeden Fall auch kooperierende Steuerberater, auf die wir gerne verweisen, mit denen wir zusammenarbeiten und die auch viel Erfahrung im Bereich Krypto haben. Bevor wir, glaube ich, reinspringen zum Thema Haftungssicherheit, haben wir noch, glaube ich, ein paar Fragen, weil das, glaube ich, sehr interessant ist. Eine Rückfrage noch, du hast es, glaube ich, so ein bisschen angesprochen. Die Dezentral-Plattformen kommen ja auch immer mehr auf, dass man irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr, bei so einer zentralen Plattform zu kaufen, wie zum Beispiel Coinbase. Wie ist es denn bei diesen P2P-Plattformen aus? Also wo ich dann wirklich sage, ich kaufe dann direkt von dir Bitcoin oder ich kaufe von Manuel direkt Bitcoin. Da kriege ich ja keinen Beleg, da habt ihr ja auch keine Anbindung dazu. Kann ich die dann per Hand eintragen oder habt ihr das überhaupt auf dem Schirm schon? Also zum einen ist es natürlich, dann sind wir auf der Blockchain unterwegs und die Blockchain können wir auch auslesen. Und zum anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das per Hand einzutragen. Also wir haben so den sogenannten, auf Englisch heißt es Manual Entry, auf Deutsch heißt es Coins Eintragen und dort kann ich einfach eine neue Transaktion aufmachen, kann bestimmen, was für eine Art von Transaktion das ist, ob das ein Trade war oder wie gesagt, Mining, Staking, Landing, Airdrop und so weiter. Kann die Währung auswählen, kann den Betrag auswählen, kann sogar noch den Kurs auswählen, Börse eingeben, kann das noch mit einem Kommentar versehen und dann ist es drin. Wieso deiner Erfahrung nach, weil wir es jetzt von Peer-to-Peer-Plattformen hatten, die Problematik von Coins, die gemixt wurden, jetzt vor einem Finanzamt, ist es dem Finanzamt dann egal oder sind sie da besonders hellhörig? Gut, man muss natürlich sagen, das ist wahrscheinlich auch mal noch eine Frage, die später aufgegriffen wird, das ist ja dieses ganze Ding, okay, wie kann die Finanzverwaltung das überhaupt nachvollziehen, was ich hier mache. Und einen Mixer zu benutzen, ist ja, sagen wir mal, in der Vergangenheit schon ein Mittel gewesen, da gewisse Transaktionen zu verschleiern. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, wie weit und wie fit die Finanzverwaltung ist, jetzt irgendwie nachzuvollziehen, ob ein Coin von einem Mixer kommt und wie das alles vonstatten gegangen ist. Aber wenn ich sage, okay, ich habe hier was gekriegt von irgendjemandem, jetzt mal direkt von einer ganz normalen Adresse und ich trage das so ein, dann bin ich ja ehrlich und es muss ja auch davon ausgegangen werden, dass ich ehrlich versuche, hier meine Transaktionen abzubilden und was jemand da vorgemacht hat. Kann ja auch sein, dass der 10-Euro-Schein, den ich irgendwie in der Tasche habe, von vorher bei irgendeinem Drogendealer war oder irgendwas. Das kann man ja nie verhindern in irgendeiner Weise. Deswegen einfach das ehrlich angeben, was man hat und man ist jetzt deswegen nicht direkt irgendwie in einem Fadenkreuz von irgendjemandem wegen Aktionen, die vielleicht jemand vor mir gemacht hat. Ein Coin oder irgendwas. Ja. Ja, du hast gerade die Steuerexporte schon angesprochen, die ihr ja dann rausgebt an die Finanzämter und da ist eine Frage für mich, die erhalten ja eigentlich nur eine Zahl von uns dann, die Transchnitte zu viel Gewinn habe ich gemacht. Wie oft wird nachgefragt, lieber Moritz, gib mir bitte die genauen Transaktionen durch und reichen dann theoretisch auch eure Daten, die ihr gesammelt habt oder wollen die die originalen Anführungszeichen, zum Beispiel die Exporte von den Plattformen selbst dann? Also man muss da auch sagen, es ist immer einzelfallabhängig. Manche Finanzbeamten winken es einfach durch, wenn sie die Zahl kriegen, weil sie denken, oh Krypto, oh egal. In der Regel reicht es, wenn man, also bei uns kriegt man ja, im Grunde kann man seine Daten nicht nur als Excel exportieren, sondern wir haben ja auch eine schöne PDF mittlerweile, wo alles zusammengefasst ist und wo wir drunter pro Transaktionstyp nochmal alle Transaktionsdaten in unserem Format dargestellt haben und für die meisten Finanzämter reicht es in der Regel, weil dort haben wir es, haben wir es ja schön dargestellt und man muss auch sagen, es ist halt einfach diese Exports, die es von, von gerade Handelsplattformen gibt, die sind einfach nicht gut, also da kann man schlecht bis gar nicht irgendwas raus nachvollziehen, aber natürlich gibt es dann auch noch die Art von Finanzbeamten, die jede einzelne, die alles bis ins letzte Detail kontrollieren wollen und unbedingt die Zeit da reinstecken wollen und klar kann es dann auch sein, dass mal da noch eine Rückfrage kommt, aber in der Regel reicht eigentlich das, was wir dann noch mitliefern. Wenn, du hast ja gerade angesprochen, dass der Finanzbeamte oder die Finanzbeamtin dann ab und an mal nachhakt oder nachhaken könnte, der Beamte richtet sich dann aber an euren Nutzer, oder? Also nicht an euch, ihr seid dann raus, ihr gebt halt den Support bei der Erstellung dieses Reports, aber verantwortlich nach außen gegenüber der Finanzverwaltung ist dann der jeweilige Nutzer selbst. Genau, also im Grunde sind wir, wie gesagt, nur ein Taschenrechner, der dir bei der Ermittlung hilft und der dir zumindest mal, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast von Steuern, so die grobe Richtung gibt, okay, da musst du das eintragen, da musst du das eintragen, da musst du das eintragen. Wir haften da jetzt nicht für irgendwas. Natürlich kann es aber auch sein, das machen ja auch viele Steuerpflichtige, gerade welche, die mehr Geld haben und sagen, okay, mir ist jetzt die Zeit für mich selber wertvoller, deswegen bezahle ich einen Steuerberater, der das alles für mich macht. Dann kann man bei einem Steuerberater natürlich dem eine Vollmacht ausstellen, dass das Finanzamt sich direkt bei dem meldet. Okay, interessant. Das heißt, also ich nutze euch eigentlich als Tool erstmal nur dafür, als Werkzeug, aber den Rest erledigen muss ich eben selbst dann. Ihr macht für mich jetzt, also wie du gerade gesagt hast, ihr haftet für nichts, wenn der Export falsch ist, in Anführungszeichen. Genau. Also wir wissen natürlich auch nicht, was, also wenn jetzt jemand in den Settings irgendwas ändert und das dann abgibt und dann drei Jahre später bei dem das Finanzamt kommt und sagt, ey, du hast da aber was nicht angegeben und der hat bei sich natürlich vorher gesagt, oh, Trading-Gewinne sehe ich jetzt nicht so, dass die Steuerberater nicht sind. Da können wir natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen. Genau. Aber wie gesagt, also unser Tool wird auch, viel von Professionals benutzt, also viel von Steuerberatern selber, die einfach ihre Mandanten, also Coin-Tracking für ihre Mandanten verwenden und die mögen das auch sehr, dass da, also, dass sie viele Settings ausprobieren können und so weiter. Die wissen ja auch mehr, was sie machen auf einer fachlichen Ebene. Ihr sammelt ja, oder ihr habt zumindest Zugriff auf relativ viele Daten. Wenn sich jemand anmeldet, kann er sagen, ich habe bei Börse 1 hier ein paar Coins, bei Börse 2 hier, dann noch hier auf meiner Hardware Wallet, vielleicht habe ich noch eine zweite. Da habt ihr Zugriff auf wirklich, ihr habt einen relativ großen Datenpool. Wie geht ihr mit der Verantwortung um? Also im Grunde sind wir ISO-zertifiziert, da muss man jedes Jahr so ein paar Richtlinien erfüllen. Unsere Daten liegen nur in Deutschland beziehungsweise Europa und ja, wir werden jährlich geprüft, dass die Daten immer sicher sind und ja, mehr kann ich allerdings nicht dazu sagen, weil ich nicht Informatiker oder bei uns in der IT-Abteilung bin und sich um die Daten kümmert. Aber das passt schon. Ich gehe davon aus, dass du das sagst, aber man muss sich ja schon bewusst sein, dass klar, wenn du jetzt sowieso schon Bitcoin kaufst auf einer zentralen Plattform, da hatten wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, KYC-Prozess, die Daten sind ja auch dort. Wenn man sich anmeldet und ich meine Daten bei euch nutze, um meine Steuererklärung durchzuführen, dann habe ich ja nochmal einen weiteren Partner, Dienstleister in dieser Kette, der auch wieder meine Daten hat und dann denke ich mal einen Schritt weiter jetzt. Provokante Frage, arbeitet ihr mit den Finanzbehörden zusammen, dass die die Daten bei euch abziehen können, weil jetzt denen die Frage hinterher geschoben, letzte Woche kam ja diese Meldung aus NRW, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Finanzbehörden in NRW ja mit einer Plattform in Anführungszeichen zusammengearbeitet haben, die dann die Daten ihrer Kunden abgezogen haben in Anführungszeichen und die vergleichen sie jetzt mit den Steuererklärungen, die sie haben. Da würde ich jetzt bei euch jetzt sagen, seid ihr doch auch theoretisch ein guter Ort für die Finanzämter, einfach mal nachzuklopfen und sagen, gebt mal die Kundendaten raus, wir überprüfen mal, ob die Kunden auch wirklich die Gewinne versteuert haben. Das ist eine sehr gute Frage, ich fange mal ganz vorne an, wir haben keine KYC, im Grunde kannst du dich bei uns nicht mal, brauchst du nicht mal eine E-Mail-Adresse, mit der du dich anmelden musst, sondern du gibst einfach nur einen Nutzernamen an und du kannst bei uns auch in BTC bezahlen, also da bist du dann recht anonym unterwegs, zumindest so anonym, wie du überhaupt sein kannst, wenn du da drauf Wert legst, was übrigens, ich glaube, da sind wir, glaube ich, der einzige Anbieter, der das noch macht, einfach weil wir jetzt aus dieser Zeit noch kommen, wo es einfach die Leute noch interessiert hat, vor zehn Jahren oder sagen wir mal, alles, was länger als fünf Jahre her ist, so viel dazu, direkt arbeiten wir nicht mit den Finanzämtern zusammen, wir sind natürlich im fachlichen Austausch, also und versuchen natürlich auch, also ich war witzigerweise letzte Woche in Nordrhein-Westfalen, nee, nicht in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, auf einem Austausch mit mit Steuerbehörden, wo es einfach um die fachliche Einschätzung auch vom BMF schreiben ging und so weiter mit vielen Steuerberatern und solche, also diese Art von Zusammenarbeit machen wir, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Finanzamt bei uns drauf Zug, auf unsere Daten und auf unsere Kundendaten zugreifen kann und darüber hinaus ist es nicht mal so, dass wir direkt irgendwelche Daten ans Finanzamt senden, meistens werden die Reports, die wir generieren, einfach genommen und händisch eingetragen in Elster oder in Taxi oder was es alles gibt und in manchen Ländern arbeiten wir eben mit Tools wie Taxfix und so weiter zusammen und schicken denen erstmal die Daten also und die übermitteln das dann ans Finanzamt. Genau, also wir haben keine direkten Connections und keinen direkten Anschluss irgendwo. Ja. Also die Gefahr von der, dass wir euren Dienst theoretisch missbrauchen könnte hinsichtlich, ja diese Steuer-DVD oder Steuer-Blu-Ray oder Steuer-USB-Stick oder was auch immer, siehst du, siehst du nicht? Nein. Okay. Eine Frage, die auf die Art von eurem Dienst zielt, das ist ja alles online, also das ist alles über den Browser erreichbar, man pflegt die Daten ein und dann hat sich das salopp gesagt. Bei anderen Programmen wie so zum Beispiel, das ist ja so ein klassisches Steuertool, ist es ja so, dass man das offline, lokal auf dem PC hat. War das eine bewusste Entscheidung, dass ihr das online macht oder was war da der Hintergedanke? Naja, im Grunde ist es ja immer irgendwie schwieriger auch die Daten dann zu synchronisieren, wenn ich es offline habe und ich denke mal einfach auch, damit man so vielen Nutzern wie möglich das so leicht wie möglich macht, deswegen sind wir online unterwegs, aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine bewusste Entscheidung gegen irgendwie Daten lokal speichern oder sonst irgendwas geht. Man kann seine Daten ja auch ganz einfach bei sich runterladen, also wenn ich in Cointracking bin, könnte ich ja auch hingehen, ich lade jedes Jahr meine Daten als CSV runter oder als Excel, speichere die mir auf meinem PC und lösche einfach alles, was online in der Plattform irgendwo ist und dann hat man im Grunde den selben Effekt. Eine Nachfrage zu den Daten, Entschuldigung, wenn wir zu viel bei den Daten zum Nachfragen machen, das finde ich ein sehr interessantes Thema und für viele, weil das auch, ich meine die Aufmerksamkeit für das Thema Datenschutz ist schon größer geworden. Was mir da einfällt, aber habt ihr dann jetzt wirklich auch persönliche Daten von mir, wenn ich mich anmelde? Also auch wenn du gesagt hast, ich kann irgendeine E-Mail-Adresse nehmen, habt ihr meine Adresse zum Beispiel, meine Daten, mein Geburtsdatum etc., habt ihr sowas gespeichert? Wenn du es nicht angibst, dann haben wir das nicht. Wenn du es angibst, dann haben wir es. Ihr bekommt die auch nicht von den Plattformen, die angebunden sind dann? Nein, wir kriegen nur Trading-Daten oder Transaktionsdaten. Ja. Übrigens, es ist auch nicht irgendeine E-Mail, also es geht auch wirklich nur mit einem User-Namen. Also du kannst jetzt da Jonas69 eingeben und dann läuft der Account. Ah, okay. Okay. Ja, weil für mich ist so dieser Gedanke immer, das ist erst, wenn man das hört, Coin-Tracking, ich habe da Daten drauf, also der Honeypot, dieses klassische Angriffsziel für einerseits Hacker, weil das ist ja auch so ein schönes Ding. Ich will ja, am liebsten will ich wissen, wer am meisten Bitcoin hat, wer am meisten Krypto-Gewinne gemacht hat und da kommt einfach direkt wieder so ein Dienstleister ins Auge. Naja, die sammeln sowieso alle Daten zusammen, so eine Datenkrake und irgendwann, jede Plattform, wissen wir ja, wird irgendwann sowieso mal gehackt und wird geleakt, wie auch immer und ich glaube, diese Befürchtung haben dann doch einige, glaube ich, dabei. Das ist richtig und ich muss gerade schmunzeln, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wirklich wieder bei den Bitcoinern gelandet. Was meinst du da genau? Ja, die Art von Fragen kommen in der Regel nur aus der Bitcoiner Ecke. Okay. Das verstehen wir jetzt einfach mal positiv. Ja, absolut, absolut, definitiv. Das Logo hängt nicht umsonst da oben. Genau, wenn wir nochmal zurückkommen zu den Finanzämtern, weil ich das sehr interessant finde in letzter Zeit, weil du auch gemeint hast, es kommt darauf an, welchen Finanzbeamten oder Beamtin du findest. Da hatte ich auch mit jemandem gesprochen, der fand das ein bisschen komisch, weil du dann ja teilweise sogar darauf angewiesen bist, auf den, keine Ahnung, auf die tägliche Einstellung von dieser Person, je nachdem, ob es durchgewunken wird. Aber erstens das, ist das auch deine Erfahrung nochmal? Und zweitens, haben die Finanzämter aus deiner Erfahrung her dieses Bitcoin-Kryptowährungsthema derzeit wirklich auf dem Schirm? Oder ist es immer noch so, oh Gott, da kommt einer, der macht was mit Kryptowährungen, ich will das gar nicht auf meinem Schreibtisch haben? Also zum einen, ja, es ist wirklich immer noch so, oder also man denkt so in Deutschland, es läuft alles wie eine Maschine ab und es ist alles eine große Maschine, aber im Wesentlichen passiert da ziemlich viel, sogar auch noch analog, also wird auch manchmal, was man digital übermittelt, gerne auch nochmal ausgedruckt und in einem Ordner abgelegt und genauso hängt, also und da hängt es genauso auch davon ab, wer jetzt da der Sachbearbeiter ist und so weiter und dann geht es halt eher in die eine oder eher in die andere Richtung, aber natürlich sind die auch gewissenhaft und geben natürlich dann die, die Kryptofälle auch dem, der schon Erfahrung in dem Bereich war jetzt mal auf ganz lokaler Ebene in dem Büro, wie in jedem anderen Büro auch und dann wird das von denen bearbeitet. Ich merke auch, wie das Verständnis zunimmt, also ich würde jetzt sagen, es sind die wenigsten, also wirklich die wenigsten Finanzämter können gar nichts mehr mit Krypto anfangen, gerade in Deutschland, weil doch die Adaption relativ groß ist und jetzt, also selbst bei mir in der Heimat, zig Leute irgendwie Kryptos auf dem Dorf haben und was weiß ich und auch dort müssen die Finanzämter damit umgehen und man muss auch sagen, die sind auch ganz gut vernetzt, was den Erfahrungsaustausch angeht und dazu kommt noch eben, dass Kryptoindustrie selber und auch die Steuerberater-Community viel und aktiv daran arbeitet, dass die Finanzbehörden aufklären und aufgeklärt werden über die Fälle und über die Probleme, die es im Moment noch gibt. Also da passiert eigentlich ziemlich viel und dass wirklich jemand gar keine Ahnung mehr hat, ist, würde ich eher als unwahrscheinlich einschätzen. Tatsächlich war es am Anfang sogar ein Vorteil, wenn man einen Finanzbeamten hatte, der keine Ahnung hat, weil dem hat man einfach alle CSV-Dateien hingeschickt und der hat dann einfach alles durchgewunken. Das passiert jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja. Die Steuererklärung zu erstellen macht ja den wenigsten Leuten Spaß, richtig Spaß. Du hast ja gesagt, es kann doch schon mal etwas lästig werden. Irgendwie groovt man sich dann ja ein über die Jahre, hat vielleicht eine Software wie beispielsweise Viso, von der ich vorher gesprochen habe. Gibt es da auch die Möglichkeit, euren Report dann ja zu integrieren, dass man das auf einen Abwasch dann wegschickt oder brauchen wir dann zwei unterschiedliche Reports? Wir haben einen CSV-Export für Viso. Okay. Und genau da die Anschlussfrage, weil wir es gerade eben glaube ich nicht ganz besprochen hatten, zu welchen Programmen gibt es denn diese Anbindung zu euch? Also ich meine, auf eurer Seite gibt es doch eine relativ lange Liste von Plattformen, die ich anbinden kann. Und wahrscheinlich sind das relativ viele und alle anderen nehme ich halt eine CSV-Datei wahrscheinlich daraus. Also es gibt wahrscheinlich kaum eine Plattform, die ihr nicht anbinden könnt. Genau. Also spätestens, wenn ich irgendwie über Excel oder CSV was exportiere und dann in dem anderen Programm wieder einlese, sofern das Programm die Möglichkeit gibt, kann man das machen. Genau. Ja. Da die Anschlussfrage, die ich ja damals noch aus einem anderen Podcast-Folge im Kopf habe. Das war auch mit einem Rechtsanwalt, glaube ich. Ich kann ja meine Reporte auch einfach, oder sollten ja alle machen, wie du es am Anfang gesagt hast, alle sollten sich ja aufschreiben, wann, also auch wenn ich nur stupide jede Woche Bitcoin kaufe oder eine andere Kryptowährung, sollte ich ja auflisten, wann ich gekauft habe, wie viel ich gekauft habe, zu welchem Preis, weil ich es ja irgendwann möglicherweise mal vorlegen muss. Sollte ich das aus deiner Sicht einfach mit einer klassischen Excel-Liste machen oder habe ich da möglicherweise ein Problem, weil der Finanzbeamte sagt, nö, das geht nicht und es ist möglicherweise sicherer, wenn ich dann doch bei euch diesen Export damit erstellen lasse, auch wenn es nur die 50 bis 100 Transaktionen pro Jahr sind. Ja, es kommt auf dich selber an. Also wenn du jetzt jemand bist, der sagt, das macht mir, also ich bin da konsequent, ich bin da konzentriert von vorne bis hinten und ich dokumentiere das gleich, dann passt das einwandfrei. Vor allem, wenn du eigentlich nur kaufst und nichts verkaufst. dann, dann mach das, das geht mit Excel und wenn du denen sagst, das ist meine Dokumentation, das habe ich jedes Mal gemacht, hier, dann nehmen die das an und das passt auch. Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, wir nehmen aber jetzt nur den Coin-Tracking-Report an, weil wir den so geil finden, sondern wenn du deine Zahl, auf die du am Ende des Jahres kommst, mit deiner Excel dann belegst und dazu noch was schreibst, dann wird das auch in der Regel akzeptiert. Ja, aber wenn du jetzt eher sagst, ja, ich habe halt Bock, die Transaktion auszuführen und bin jetzt nicht so der, der sich alles aufschreibt und dokumentiert und so, dann ist es natürlich die einfachere Möglichkeit dann für dich ein Tool zu verwenden. Klar, da habe ich eine Anschlussfrage noch, die ich auch, die, glaube ich, wir beide, mein Manuel, auch mal besprochen hatten. Hält so ein Finanzbeamter eigentlich dann auch so eine Art Guthaben im Hintergrund? Also weiß der ganz genau, wie viele Bitcoin ich schon angegeben habe? Weil jetzt rein hypothetisch, ich kaufe vor, ich habe vor zwei Jahren einen Bitcoin gekauft oder vor einem Jahr einen ganzen Bitcoin gekauft und gebe jetzt 0,5 an, die ich nach der Haltefrist verkauft habe. Den müsste er ja theoretisch abstreichen, weil ich den ja nicht wieder nutzen könnte, weil der ist ja schon verkauft. Aber das weiß ja kein Finanzbeamter. Und ich könnte den anderen Hälften wieder verkaufen und sagen, ja übrigens, das war der, den ich vor zwei Jahren gekauft habe. Also wie funktioniert das in der Praxis? Weil da kommt man doch irgendwann an eine Grenze. Das Ding ist, er interessiert sich ja nicht, wie viel Bitcoin du hast. Er interessiert sich für den Gewinn, den du realisiert hast in Euro. Das heißt, du gibst einfach nur deine Eurogewinne an oder gibst an, das war steuerfrei veräußert, in Höhe von so und so viel. Der führt kein Buch darüber, wie viel Bitcoin du irgendwo rumliegen hast. Übrigens andere, andere Finanzbehörden, beispielsweise in Spanien oder in Kanada oder auch in den USA muss man beispielsweise sein Portfolio Value zum 31.12. angeben. Aber auch dann in Fiat Currency, das bedeutet, die wissen auch nicht, wie viel Coins jetzt wohl liegen. Ja, krass. Also letztlich muss man es dann angeben, wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade im Zeitpunkt des Verkaufs. Und da muss ich halt auch gleichzeitig angeben, aus diesem Verkauf ist folgender Gewinn oder Verlust in Euro entstanden. Genau. Genau. Und den Gewinn ermittelst du nach der FIFO-Methode. Das bedeutet, der erste Coin, den ich gekauft habe, wird auch als erstes wieder veräußert. Und der ist auch maßgeblich für meine Spekulationsfrist. Ja, okay. Gut. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, gerade im Bitcoin-Bereich ist es ja so, durch die Satoshi, die ja eine unfassbar kleine Einheit sind, gemessen in Euro und Cent, dass da ja wirklich Milli-Mikrocent durch die Gegend fliegen. Wenn man das alles brav angibt bei der Steuererklärung, kommt da ja eine relativ lange Excel-Liste bei raus. Hast du da irgendwie die Erfahrung gemacht, dass da vielleicht der ein oder andere im Finanzamt dann gesagt hat, salopp gesagt, wollen die mich auf den Arm nehmen? Wieso kriege ich jetzt hunderte Seiten und unter dem Strich steht ein Euro Gewinn? Oder sind die da schon so akribisch, dass sie sagen, nein, wirklich alles, auch wenn das Beträge sind, die passen gar nicht in die Euro- und Cent-Welt, weil sie so klein sind? Ja, das ist ein gutes Thema. Die meisten Programme können ja nicht mal weiter als zwei Nachkommastellen zurückgehen. Das bedeutet, dort sind wir ja auch irgendwie müssen wir konsolidieren oder müssen wir irgendwie sagen, das fassen wir irgendwie zusammen. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass irgendjemand besonders angepisst war, weil spätestens nach einem zweiten Krypto-User müsste einem bewusst sein, wie viele Nachkommastellen da möglich sind. Aber ja, ich meine, bei uns ist es einfach drin und summiert sich dann auf und sind halt dann, ja, teilweise sind die Beträge dann nicht das Papierwert, auf das sie gedruckt werden. Aber siehst du dann nicht irgendwann, dass die Finanzämter wirklich auch geflutet werden mit dieser Anzahl der Daten? Also zum Beispiel wir, wir haben ja zum Beispiel, wir erhalten ja auch Spenden über Lightning. Das sind teilweise Cent-Beträge, aber rein theoretisch müssten wir jede einzelne Zahlung, die jede Minute reinkommt, unter dem Cent-Betrag, müsste das Finanzamt ja von uns bekommen. Und uns ist ja egal, wir können eine CSV-Datei auslassen und bitte schön, hier. Aber wenn man sich mal vorstellt, okay, der Kryptobereich und auch gerade die Menschen damit irgendwie auch Geld verdienen, ist noch relativ gering. Aber jetzt schauen wir mal fünf Jahre nach vorne. Glaubst du nicht, dass es einfach mal ein Berg an Informationen, an Daten ist, womit dann die Finanzämter einfach auch überhaupt nicht mehr klarkommen können? Kurzer Einschub bekommen sie natürlich auch von uns. Ja, ja. Das ist gut so, das ist gut so. Ja, ich meine, das ist ja nicht nur jetzt bei Lightning oder bei kleinen Spenden. Ich wage jetzt mich mal ganz kurz raus aus dem Bitcoin-Bereich, wenn du irgendwas im Staking-Bereich unterwegs bist und alle zehn Sekunden einen mikroskopischen Betrag kleiner als Cent irgendwie geairdroppt bekommst oder als Reward ausgeschüttet bekommst, dann hast du ja genau das gleiche Thema. Wir zeichnen es auf, unser Programm zeichnet es auf. Händisch ist es natürlich absolut unmöglich, das irgendwann mal ab einer gewissen Frequenz aufzuzeichnen. und dann geht es halt darum, irgendwann einfach zu sagen, okay, konsolidieren, ich bilde irgendwie Einheiten, ich packe das alles irgendwie zusammen und bewerte das als Eins oder gibt es dann dem Finanzamt so an. In der Regel ist es ja meistens so, man gibt ja erstmal die Steuererklärung ab, da haben die ja nur mal die Zahl. Und dann haben die ja die Wahl, die Zahl zu akzeptieren oder nochmal zu fragen, okay, könnt ihr mir dafür nochmal einen Beleg einreichen? Und spätestens, wenn du dann das erste Mal irgendwie eine 80 Seiten PDF den durchgeschickt hast mit so Mini-Beträgen und dann sagst hier, dann fragen die, was soll die ganze Scheiße, dann sagst du, okay, ja, hier, das ist halt nun mal so, ich kriege halt diese Mini-Beträge, dann sagen die halt, ja, okay. Und im nächsten Jahr kannst du sagen, okay, wollt ihr jetzt wirklich nochmal die Tabelle mit den ganzen Mini-Beträgen oder wohl das nicht? Und so läuft es dann wahrscheinlich eher ab. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann jede einzelne Transaktion bei sich nochmal durchs System durchlaufen und das dann nochmal alles verarbeiten. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Nee. Wir hoffen es natürlich nicht, aber ausschließen können wir es genauso wenig, dass der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sagt, ich glaube nicht daran, dass bei mir das Finanzamt klopft oder die Strafverfolgung, Verfolgungsbehörden, die dann eingeschalten werden. Kannst du sagen, was ist da so die Konsequenz, mit der man rechnen muss? Also was, wie strafbewehrt ist das Ganze? Also ich bin, wenn ich es bewusst mache, wenn ich weiß, ich gebe irgendwelche Beträge nicht an, bin ich in der Steuerverkürzung oder in der Steuerhinterziehung. Entweder ist es eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat, wenn es dann in irgendeiner Weise aufgedeckt wird, wir können ja später dann drüber reden, wo es hingehen könnte, wann die Finanzämter in der Lage sind, es aufzudecken, aber wenn es dann aufgedeckt wird, dann muss ich natürlich als allererstes Mal die Steuern nachzahlen und dann werden die verzinst mit 6% pro Jahr. Und dann muss ich noch einen Hinterziehungszins oder einen Verzugszins bezahlen und dann gibt es, im Grunde blute ich erstmal finanziell und jetzt kommt es natürlich darauf an, ab einer Steuerhinterziehung, glaube ich, von 3,5 Millionen komme ich im Knast für drei Jahre, glaube ich, oder drei Jahre oder so, Uli Hoeneß-Style. Also es kommt natürlich darauf an, wie hoch der Betrag ist und natürlich sollte man in dem Zusammenhang dann auch erstmal noch mit einem Steuerberater sprechen. Gerade vor allem, wenn man da irgendwie dann eine Schätzung oder irgendwie was vom Finanzamt bekommt, dass die sagen, okay, wir haben jetzt hier aufgedeckt, da war irgendwas, wir halten das für Steuerhinterziehung, dann sollte das nächste, der Griff zum Telefon, das nächste Telefonat sollte nicht die Freundin oder der Kumpel oder sonst irgendjemand sein, sondern der Steuerberater oder der Anwalt. Und dann lässt sich das klären. Aber für die meisten Leute ist es ja eher so, ah, es war halt unsicher und ich wusste das noch nicht und so weiter. Was auch berechtigt ist, es gibt auch heute noch viele Anwälte, die sagen, im Moment ist es nicht geklärt, wie es besteuert wird. Es wurde kein Gesetz erlassen. Es ist einfach nur eine Verwaltungsanweisung, an die sich alle halten. Das ist definitiv strittig. Da kann ich auch gerne vor Gericht darüber streiten. Das machen auch Anwälte und dann passiert vielleicht auch gar nichts, weil eben das Finanzgericht sagt, okay, in dem Fall war es wirklich nicht steuerpflichtig und das war auch dann keine Steuerhinterziehung. Also es ist im Grunde alles möglich. Ja, du hast ja gerade das schon aufgemacht mit dem Thema, was in der Zukunft passieren könnte und du hast ja gerade mittendrin auch schon angesprochen, dass ihr im Austausch mit Finanzämtern steht. Wo stehen denn die Finanzämter so in der Zukunft? Also man könnte natürlich auch sagen, naja, komm, in fünf Jahren kapiert das keine Sau mehr, was ich da gemacht habe, aber es könnte natürlich auch sein, dass die Finanzämter ja auch aufholen und plötzlich ihre eigene Software haben, die Blockchain durchanalysieren. Also siehst du da auch ein Szenario, dass auch sowas kommen könnte, dass man auch im Nachhinein irgendwelche Transaktionen verfolgen könnte? Ja, also erstmal die Hinterziehungsfrist, also die Verjährungsfrist für Steuerhinterziehung sind zehn Jahre. Also die haben noch üppig Zeit, um da aufzuholen und so ein Steuerbescheid ist fünf Jahre lang, kann er noch geändert werden. Das bedeutet, da haben die auch nochmal für jetzt 2022 auch noch ordentlich Zeit, um da nachzuziehen. Es sind natürlich auch nicht Leute, die jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen sind und denen ihr täglich Brot war es schon immer, dafür zu sorgen, dass die Steuerzahler ihre Steuern bezahlen und rauszukriegen, wie sie ihre Steuern bezahlen und mit der entsprechenden Motivation dahinter werden die ziemlich schnell dahinter kommen, was alles zu tun ist. Gerade Blockchains, weiß jeder, kann man auslesen und spätestens, wenn sie dann irgendwie auf einen zentralen Exchange stoßen, wo jemand einer KYC unterlaufen ist und gerade im Zusammenhang mit der Mika-Regulatorik und so weiter, dass diese Kundendaten alle erfasst werden müssen und dann wahrscheinlich an Behörden, unter anderem an die Steuerbehörden dann rausgegeben werden müssen. Kann es dann schon ziemlich gut sein, dass dann Transaktionen und Trades nachverfolgt werden und nachvollzogen werden können und auch Programme gebaut werden, die das automatisiert machen. Wir haben die Entwicklung oder wir sehen jeden Tag die Entwicklung, die in Krypto abgeht und die macht bei denen auch nicht Halt. Also Jonas und mir fehlt da etwas die kriminelle Energie, dir natürlich auch, aber was ist aus deiner Sicht der Anreiz für die Buy-and-Hold-Bitcoin-Käufer, Bitcoin-Sparer, das nicht anzugeben? Weil man hat den Gewinn ja steuerfrei nach einem Jahr, also warum nicht angeben? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Also klar, natürlich so, ich möchte nicht, dass irgendjemand externes weiß, was mein Vermögen ist. Also erstmal, wenn ich natürlich nicht angebe, also wenn ich steuerfreie Gewinne nicht angebe, dann passiert mir eigentlich nichts. Also das ist schon mal, wenn ich ein Hordler bin und ich habe halt außerhalb der Spekulationsfrist verkauft und ich kann es nachweisen, dann kann niemand einem irgendwas. Also da kann man erstmal chillen, entspannt sein. Also als Hordler, sobald du über die Spekulationsfrist raus bist, kannst du erstmal dich zurücklehnen. Zumindest im Moment noch in Deutschland. Und ja, ansonsten, wenn ich es angebe, gerade bei den Finanzbehörden, also wenn ich jetzt nicht der größte Verschwörungstheoretiker bin, der rumläuft, dann ja, dann so what, so. Ich verliere nichts und die Daten landen jetzt auch nicht irgendwo in der Öffentlichkeit deswegen. Ja, also den Privatsphäre-Aspekt, den sehe ich schon. Ich kann auch den Gedanken nachvollziehen, niemand soll wissen, wie viel Vermögen ich habe, aber aus steuerlicher Sicht, klar, das lässt sich nicht trennen, aber aus steuerlicher Sicht hat man ja nichts davon, das nicht anzugeben. Genau, man gewinnt nichts. Klar. Und vor allem, ich denke auch immer, gerade in Deutschland, wenn du ganz normal ja einfach nur Kryptowährung, Bitcoin etc. kaufst und es länger hältst, du hast es ziemlich einfach. Ich finde es immer noch, du hast es gerade auch angesprochen, noch ist diese Haltefrist vorhanden. Für viele ist es einfach fast schon wie ein Schlaraffenland, weil es gibt ja auch, glaube ich, andere Länder haben das ja viel enger geschnürt schon und bei uns ist es wirklich ein Jahr halten und du bist in Anführungszeichen frei und dann kann man sich überlegen, du hältst ein Jahr und du willst wirklich verkaufen dann und du machst wirklich Gewinne damit und du hast keine Steuern drauf. Da würden, glaube ich, Aktionäre, die Aktien kaufen, die würden davon träumen, glaube ich jetzt mal. Ist so, ist so. Also man, viele, auch viele Leute in Krypto haten Deutschland wegen dem komplizierten Zeug und so weiter und klar, okay, wenn ich Trader bin, dann ist es jetzt nicht so, aber wenn ich jetzt ein Investor bin oder auch als Trader mit einer langfristigen Strategie, ist Deutschland wirklich immer, meiner Meinung nach, immer noch ein sehr kryptofreundliches Land. Also geh nach Österreich, da hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie komplett steuerfrei aus der Sache rauszukommen. Okay, in der Schweiz ist es so, aber in der Schweiz ist es dann auf der anderen Seite so, da hast du eine Vermögenssteuer, wenn du gewisse Größenglassen überschreitst, dann zahlst du einfach nur, weil du das Vermögen hast, ohne dass du irgendwas damit gemacht hast oder auch wenn der Wert des Vermögens runtergeht, was ja auch bei Bitcoin und in Krypto auch der Fall sein kann. Dann würde ich sagen, als Abschluss, ich habe noch eine Frage genau, ich glaube ich als Abschlussfrage, ganz passend, wenn wir zu CoinTracking zurückkommen, erstens, für wen ist das jetzt etwas, also wer jetzt zuhört und dann sagst, okay, diese Person soll ich mit dem Thema auseinandersetzen, aber zweitens, für wen ist denn CoinTracking nichts? Also CoinTracking ist für Leute, die tiefer in Krypto drin sind, die einfach diesen ganzen Dokumentation, Reporting und auch eine Übersicht über das Portfolio haben wollen, wenn sie das vereinfacht haben wollen, für die ist CoinTracking was. Wir haben die meisten Imports, wir haben die detailliertesten Transaktionstypen, das heißt, wir können so ziemlich alles abbilden, was du in Krypto machst. Bedeutet, ein Trader, der viel tradet oder ein IT-Nerd, der einfach schon von Anfang an viel in Krypto ist und auch als Validator aktiv ist, jeden Staking Pool ausprobiert, Liquidity Providing ausprobiert, im NFT-Bereich drin ist, einfach Leute mit viel Volumen, mit einer hohen Transaktionszahl, mit einer hohen Diversifikation innerhalb des Krypto-Bereichs auch und natürlich auch Unternehmen, die die Coins halten oder Transaktionen damit ausführen und das in ihrer Buchhaltung brauchen. Und natürlich darüber hinaus noch Steuerberater, die Mandanten betreuen, die Kryptos halten und Kryptos traden und auch selber viel in diesem Bereich agieren und beraten tätig sind. Für wen ist CoinTracking nichts? CoinTracking ist vielleicht, gerade im Vergleich zu anderen Tracking-Tools, jetzt nicht das am einfachsten zu bedienende Tool. Wenn ich wirklich absolut basic bin, wenn ich wenig Transaktionen habe, dann ist CoinTracking, also vielleicht wird mich jetzt das Marketing-Team dafür lünchen, später oder wie gesagt, aber wenn man unter den 200 Transaktionen ist, dann ist es einfach nicht wert, irgendwie da Geld dafür auszugeben, egal bei welchem Tracker. Genau deswegen ist es ja auch frei. Also wenn man wenig Transaktionen hat, dann bis zu diesem Zeitpunkt reicht es, wenn man es händisch macht. Ja, ich glaube, es gibt ja auch viele, die so eine Mischung jetzt haben. Also viele kenne ich, die irgendwie eine Zeit hatten, wo sie gerne getradet haben. Dann sind sie übergegangen, jetzt plötzlich langfristig zu denken. Und glaube ich, für die diese Übergangsphase, ist glaube ich auch nicht die einfachste, wie du auch jetzt erzählt hattest, das Ganze auch wirklich zu managen. Und glaube ich, dafür ist es schon sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Und wir werden natürlich auch alles verlinken, dass man schauen kann, was abgeht. Und Maru, wenn du keine Frage mehr hast, würde ich abschließen. Jo, ich bin durch. Genau. Ich würde vielleicht in dem Zusammenhang noch was ergänzen. Also wir sind ja nicht nur quasi, also wir machen ja nicht nur die Steuererklärungen daraus, sondern was Cointracking halt auch anbietet, sind halt Reports, mit denen man halt auch wirklich eine gute Übersicht hat. Okay, das sind alle Coins, die ich überhaupt accountübergreifend habe. In jedem Account, in jedem Wallet, überall. Das ist so die Entwicklung, die ich auch hatte. Das sind die Coins, die eher gut performt haben, die eher schlecht performt haben. Auch das sind dann die Bilanzen nach Börse oder nach Wallet aufgeteilt. Da könnte man theoretisch sich sogar überlegen, okay, selbst wenn man überall die gleiche Trading-Strategie hat, in diesem Exchange, habe ich einfach richtig scheiße agiert. Ich weiß nicht warum, es funktioniert halt nicht, dann kicke ich den halt raus. Also solche Sachen, man hat im Grunde ein Dashboard und einen großen Überblick, auch aus dem man sich dann selber seine Strategie nochmal ableiten kann, Risikomanagement machen kann oder gewisse Handlungsstrategien dann daraus entwickeln kann. Ja, dann würde ich sagen, das ist also für jeden so ein bisschen was dabei, jeder, was du machen müsstest. Von den Personen, die keine Lust haben, den Sonntagnachmittag zu verbringen, eine Excel-Liste zu organisieren bis Unternehmen sogar, hast du ja gemeint. Also es ist irgendwie für alle etwas dabei und ich finde es sehr spannend und ich würde sagen, Moritz, vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr letztendlich erfahren, was Cointracking macht. Wir haben mehr erfahren, was die Steuern bedeuten. Wir haben mehr erfahren, was die Finanzämter machen. Aber wir haben auch erfahren, dass es eigentlich, man sich es auch relativ einfach machen kann, indem man einfach seine Kryptowährung Bitcoin, also ich sage jetzt mal Bitcoin, seine Bitcoin einfach über ein Jahr hält und dann ist man erst mal im derzeitigen Zustand eigentlich offen und frei und ist es gar nicht so schwer, glaube ich. Ist es auch aus einem emotionalen Aspekt, denke ich, entspannter. Die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle schon gemacht. Sehr gut. Dann Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und ja, bis bald vielleicht. Ja, danke ihr beiden. Gerne wieder. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.